Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas und heute geht es daran, den Domino auf das Dach zu bringen. Diese Maschinen, Sinclairs kleine Geschenke, haben länger überlebt als er. Wenn sie Essen oder Stims brauchen, werfen sie eine... Ja, ja. Und den, dieses arrogante Drecksteil, ne? Oh. Wenn wir hinter der Bühne sind, können wir den Einheimischen entgehen. Oh, oh. Na, wunderbar. Ach, ja. Ich glaube, wenn ich ein Level abwache, dann mache ich das wieder mal auf Nahkampfwaffen. Na, wunderbar. Aua. Oh, ich bin fast tot. Eingepacken. Oh Gott. Oh Gott, da sind noch mehr. Oha. Äh, 180. Ja. Ach, du meine Güte. Und er sagte, man soll ja auf die, äh... Bombe... Na, wunderbar. Wenn wir auf die Arme schießen anscheinend. Was halt jetzt nicht wirklich viel gebracht hat. Oh. So, was haben wir da? Eine Gasbombe. Ah. So. Aha, ja. Ich meine, mit einer Zigarre in der Hand, weißt du. Die Wolken. Köpfer nicht immer da. Sie ist im Laufe der Jahre gewachsen. Selbst ohne Autos oder Fabriken. Weil sie den Himmel halt echt nicht, merke ich gerade. So, ähm... Ah, die Tasche... Können wir alles nicht mitteilen. Aber ich muss eh ein bisschen was essen, ne? Kann ich mich dann auch ein bisschen mitteilen. Na, wunderbar. Okay, der sagt dir irgendwas von wegen Loch in der Wand. Und... Mh... Aha. Was war das denn? Was, ne Falle? Okay, da geht's noch nicht. Was? Das wäre, Madre kann vielleicht warten. Ich nicht. Ja, ich lass dich ja auch nicht warten. So. Um Gottes Willen, ey. Oh, nein. Puh. Ich kann Ihnen in der Wolke helfen. Aber nicht sehr lange. Äh... Jetzt? Was bringt uns das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da müssen wir hin. Da? Ne. Das hier, Madre wird auch nicht gehen, nein. Wir müssen da durch. Ja, haben wir keinen Schlüssel für das Problem. Wolkenumstände. Hm... Weltkarte, lokale Karte. Oh, ein Ersthilfe Kasten. Wie ich gerade noch gemerkt habe. Hier durch? Ich höre das. Ah... Sind die Bäume nicht wunderbar in dieser Jahreszeit? So grün und in voller blöden Brachen. Oh Gott! Na wunderbar. Heieiei. Heieiei. Oh Gott, noch einer. Heieiei. Heieiei. Heiei. Hallo, kannst du mal gestückelt werden? Unfassbar. Wirst du den in den Kopf schießen, glaube ich, ne? Nicht. Irgendwie kann ich den nicht erledigen. Ich brauche Heilung. Habe ich irgendwie immer noch Durst und Hunger? 107 Durst. Jetzt könnte ich nämlich mal was trinken. Das ganze Gehocke ist der Tod für meine Knie. Ja, ja. Ah, okay. Da ist die Wolke. Da ist die Wolke. Da ist die Wolke. Da ist die Wolke. Ja, nicht zu lange rein. Auch meine Möglichkeiten zu helfen sind begrenzt. Da. Die Schaltanlage. Da musst du die Stumme bringen. Oh Gott. Ne, da will ich aber noch nicht hin. Das Schöne ist, er macht sie immer ein bisschen... Ja, bis down. So, perfekt. Wow. Und da ist die Wolke. Oh Gott. Noch mehr von denen. Oh oh. Wo ist sie eh hin? Ja, perfekt. Wow. Ach du Kacke. Ah, okay. Na, wunderbar. Gasbomber. Hey, 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 hey. Die Stimpfax gehen ja aber auch gut drauf. Nein. Jetzt hab ich so ein Messersperr. Nee, weggenommen. Nicht gar nicht. Muss ich hier durch? Ja, nicht wirklich. Ach, nicht schon wieder. So, ich helfe dir mal ein bisschen. Sie sind ja auch noch mal sicher. Wie buchsen Sie ihn mal besser mit einem Stock ins Auge oder sowas. Aha. Hallo. ich weiß ja immer nicht auch da ist noch einer das machst du ich kümmer mich hier um aha ein erster hilfe kasten die chips habe ich mittlerweile 68 woher immer noch 250 für das bessere upgrade jetzt darf ich endlich auch auf behinderten ja noch mal er ist tot macht man 250 ip halten ist schon nicht wenig ich glaube ich muss dadurch oder dann finden wir das nest im südosten ok irgendwo hier halt du bist im gala bereich des kohls sorge nun dafür dass er bleibt jetzt habe ich also meinen großen auftritt hat schon auf besseren bühnen gestanden das will ich ihnen sagen was sind das denn drähte sieht sieht aus als ob es die lautsprecher der villa steuert nur dieses abgetrennte areal da nicht also was denn nun ich stehe hier und halte die beiden drähte in den händen und hause sie zusammen wie ein becken das ist der plan ist es sicher genug für sie das zu tun sicher nach all den großspurigen worten als wir uns trafen geht es ihnen jetzt um meine sicherheit sicherheit genau schauen sie wenn ich die lautsprecher anschalte dann ist ja alles voller geister jede änderung in der geräuschkulisse hier das geisterfolg sagt nicht viel aber zuhören können sie jagen morden sind bessiger als so mancher musikkritiker glauben sie mir hören sie müssen hier bleiben und das durchziehen hier mitten in der stadt allein auf einem dach mit einer riesen lasershow in der luft ich sage ihnen mal was suchen sie mir so ein ultramodernes dick messe damit ich mir die puls adern aufschneiden kann das wird weniger schmerzhaft ich sorge dafür dass sie nichts passiert ok wirklich das war aber nicht die durch die bombe getraut ansprache die ich von ihnen bei unserem ersten treffen bekommen habe sehen sie sie könnten mir einen wasserdichten vertrag mit imperial records über eine welt tournee anbieten und ich würde trotzdem nicht hier bleiben ich werde sie hier nicht zurücklassen versprochen klar schöne worte schöne versprechungen aber die sind hier im schatten des sierra madre keinen müden cent wert sie sagen dass sie mich hier nicht zurücklassen würden aber ich weiß es besser wenn sie mich hier lassen wird es keine gala geben das spüre ich ich könnte sie einfach vom dach schmeißen wie wärs damit sie haben nur mist im herrn wenn sie nicht töten sterben wir beide das wagen sie nicht sie lassen mich also hier keine chance wird nicht passieren und nichts was sie sagen wird meine meinung ändern ich muss sie nicht töten was wovon reden sie da ich könnte ihnen beide beine brechen und sie auf dem dach zurück lassen tun sie nicht sie brauchen mich um den takt anzugeben mit gebrochenen beinen wird es aber schwierig zu tanzen nein es bedeutet nur dass ich nicht mehr zurückkommen um sie zu holen nie wieder werden sie nicht wagen okay würden sie ich würde es wenn ich wüsste dass ihr geschrei nicht noch mehr einheimische anlocken würde okay ich bleibe hier fürs erste aber wenn sie mich hängen lassen und zum sierra madre laufen dann werden sie dafür bezahlen das verspreche ich natürlich die um mir ebenso okay wir haben einen stundenaufstieg so weiter auf nachkampfwaffen so haben wir da schon auch schon 50 und energie machen wir einen punkt wir können kein perk verteilen also ich habe dieses ding ja nicht mehr wo muss ich denn noch mal hin was ist dann meine aufgabe reden sie mit reisen sie mit christin ist das hier richtig scheint so so da ist der markt naja genau ich nehme mal über die straße okay dann würde ich sagen machen wir noch einen weiteren cut bis zur nächsten folge und tschüss